Hallo und Servus beieinander. Mein Name ist Christian Mendel, ich bin von der Lili Deutschland und bin für das automatische Fütungssystem Lili Vector zuständig, für den Vertrieb, Projektkoordination und alles, was da drumherum gehört. Heute sind wir hier auf dem Betrieb Martin Ruf in Beißwein und machen unser Smart Feeding in Beißwein. Ich bin Matthias Ruf. Wir sind mit der Smart Feeding Tour auf dem Betrieb und schauen sich bei uns die automatische Fütterung an. Die Smart Feeding Tour finde ich eine gute Sache, weil sich da Interessenten für die automatische Fütterung, die sich da interessiert, die können sich da informieren, wie das funktioniert direkt beim Praktiker und können sich mit dem unterhalten, was für Vorteile es da gibt oder was für Aufgaben sich da ändert im Betriebsablauf. Auf meinem Betrieb haben wir seit 2015 einen Lili Vector im Einsatz. Für das System haben wir uns entschieden, weil ein gutes Altgebäude zum integrieren ist, weil er die Futterhöhe misst und nicht genau nach Zeit futtert, sondern wenn wenig Futter da ist. Weil er gute Rationen macht, die sehr homogen sind und auch gerne gefressen werden. Und auch gesundheitlich bringt es für die Kühe einiges mit.